so leute tut mir leid an der stelle der vierte part ist auch noch am start es ist auf jeden fall das verrückteste anbox den ich hier hatte tut mir echt leid aber naja egal wer es hin will der schaut sich alle vier parts an ich habe doch was vergessen also mal wieder muss man fast sagen und zwar haben wir hier noch den gurtschneider den zeige ich noch schnell so den haben wir hier ja also der ist schon der sieht gut aus der hat dann so eine zack in dem man im prinzip dann sich aus einem kurzen beispiel befreien kann ach gott kann ich das schnell aussitzen ja lieber nicht ja wollte ich euch auch schnell zeigen das war es jetzt endgültig mit meinem unboxing zu der box von auf start sein nacken ja es tut mir leid ich sag lieber nicht so oft sonst wird es noch länger ich hoffe ich hat es gefallen bis zum nächsten mal tschau